So, und die Mühle läuft. Einen wunderschönen guten Tag. Auch von mir einen wunderschönen guten Tag. So, wir wären natürlich nicht wir, wenn wir nicht regelmäßig wieder etwas zum Verlosen hätten. So sieht's aus. Und diesmal haben wir etwas ganz, ganz Tolles endlich von der Firma Pedag zur Verfügung gestellt bekommen. So heißt es grammatikalisch richtig. Und zwar ein mega schönes Pflegeset. Nicht für die hauseigene Badewanne oder für den Kopf oder für die Haare, sondern für die Schuhe. Ganz genau. Und zwar ein tolles Pflegeset, Kai. Vertell doch mal was wiederher. Genau. Also, wir haben hier zum Beispiel einen Powercleaner. Der macht also wirklich, das ist ein Reinigungsgel für Outdoor-, Arbeits- und Sportschuhe. Das ist hier drin. Also, Dreck hat man ja um diese Jahreszeit sowieso immer irgendwie an den Füßen. Und da haben wir zum Beispiel... Ja, die Schuhe sind doch irgendwie immer dreckig. Das klingt ja laut, ob man Dreck am... Nein. Das geht weiter. Das ist also, wie gesagt, peinlich. Also, man hat ein Powercleaner drin, man hat ein Kombiset mit einem Reinigungsschaum für alle Materialien. Und hinterher, wenn man alles gereinigt hat, muss man es natürlich auch schützen. Und dafür gibt es einen Protector Foam. Das ist ein Imprägnierschaum. Also, sonst kennt man ja den Imprägnierer, dieses Spray, was man draufpackt. Das hier ist ein Schaum, den kann man draufpacken. Super tolles... Und... Super tolle Produkte. Und der Name klingt toll. Protector Foam. Also, klingt schon echt vorrangig. Von den Ottos haben wir insgesamt zehn Stück. Ganz genau. Zehn von diesen ganzen Paketen. Und die verlosen wir jetzt. Korrekt. So. Übliches Spiel. Klicken. Man kommt bei uns auf die Webseite. Ausfüllen. Und dann toi, toi, toi. Daumen drücken, dass man gezogen wird. Verlosung natürlich wie immer dann live auf Facebook. Wir wünschen allen viel Glück dabei und sagen bis bald. Tschüss. Ciao.